Wenn du als Unternehmerin, Unternehmer, Expertin, Experte in die Öffentlichkeit kommen willst, dann hast du automatisch früher oder später mit der Presse zu tun. Was du dabei unbedingt beachten solltest und keinesfalls tun solltest, das erkläre ich dir heute. Wenn du mit der Presse zu tun hast oder zu tun haben willst, dann kannst du einen gravierenden Fehler machen, der dafür sorgen kann, dass du dir wirklich alles in Sachen Pressearbeit für die gesamte berufliche Zukunft versaust. Und das geht ganz schnell, das kann mit einem Telefonat passieren. Auf der anderen Seite kannst du dafür sorgen, dass du wirklich Freundschaften oder zumindest freundschaftlich anklingende Beziehungen entwickelst zur Presse, zu Radio, Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften, die dir natürlich enorm helfen. Und dabei geht es nicht darum, jetzt irgendwas Unehrliches zu tun oder es geht nicht darum, dass du dich irgendwo einkaufen kannst oder so. Das findet natürlich auch statt und das ist inzwischen längst nicht mehr nur in den Dorfzeitungen so, dass du eine Anzeige schaltest und dann wird auch noch dein Friseurgeschäft redaktionell berichtet oder so, sondern auch in den größten Zeitungen und Zeitschriften gibt es das mittlerweile. Das ist ein Thema für sich. Das ist nicht mal immer falsch. Es sollte dann gekennzeichnet sein oder man macht es wirklich rein journalistisch, wie ich beispielsweise auch mit der Sendung Game Changer. Da bin ich auch der Produzent. Da wähle ich auch aus, wer da reinkommt. Und teilweise hat das auch mit Zahlungen zu tun, aber nicht wer da reinkommt, sondern wenn jemand dann nachher die Lizenzrechte haben will, dann sage ich, okay, dafür gibt es die Möglichkeit. Aber es kann sich niemand einkaufen beispielsweise und dann nachher nämlich zum Auftraggeber werden, wie bei einem Imagefilm. Und das verwechseln viele. Wenn du einen Imagefilm beispielsweise in Auftrag gibst, dann kannst du natürlich sagen, ich will den Text noch heroischer, ich will die Musik noch epischer, ich will, dass sie meine Website noch reinbringen. Und die Produktionsgesellschaft wird bis zu einem gewissen Maß sagen, okay, machen wir, machen wir. Ich will noch Drohnenbilder vom Firmengelände. Ja, machen wir. Wenn du aber mit der Presse zu tun hast, dann geht dich das alles gar nichts an. Das ist so. Du kannst Ratschläge geben, Hinweise, Ratschläge ist schon ganz vorsichtig, Hinweise geben, du kannst Wünsche äußern. Das ist auch menschlich völlig in Ordnung. Du kannst sagen, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn sie das noch unterbringen könnten. Aber stell keine Forderung, verwechsel das nicht. Du bist kein Werbekunde. Nicht mal, wenn du Werbung schaltest irgendwo im Umfeld oder so. Du bist im redaktionellen Teil kein Werbekunde, sondern du bist Protagonistin, Protagonist. Das heißt, es geht um dich. Und wenn Menschen so auftreten, und das habe ich eben inzwischen dreieinhalb Jahrzehnten in diesem Job, in dem ich im Radio und vor allem Fernsehen bin, teilweise dann natürlich auch noch mit Print, wenn unser Sender, in dem ich Chefredakteur war, noch ein eigenes Magazin hatte, dann hat sich das alles überschnitten. Und überall da habe ich das erlebt, dass so viele Menschen das verwechseln. Und gerade wenn sie gewohnt sind, als Firmenchef zum Beispiel, und dann vielleicht noch so ein alter Patriarch, die anderen zu falten, zu sagen, wo es lang geht, dann meinen sie, sie könnten sogar einen Chefredakteur anrufen und sagen, passen Sie mal auf, das hat ja wohl so und so zu laufen. Und was sage ich dem natürlich? Na, du kannst mich mal. Und Achtung, ich habe auch noch Freunde. In ganz Deutschland und sogar über Deutschland hinaus. Und den erzähle ich natürlich von dir. Nicht unbedingt gezielt, dass ich gleich die Telefonkette auslöse, sondern das ergibt sich. Wir sind doch alle im Austausch untereinander. Ist doch logisch. Was mache ich denn mit jemandem, der meint, er könnte mir jetzt sagen, was er definitiv nicht zu sagen hat, was ich zu tun habe. Wenn ich für einen Fernsehsender arbeite oder sogar wie eben in einigen Jahren die Redaktion eines Senders oder sämtliche Redaktionen eines Fernsehsenders inne habe und dafür verantwortlich bin. Und dann meldet sich jemand und sagt, passen Sie mal auf, ich habe viel Geld, so als Subtext und Sie lassen das jetzt oder Sie machen das jetzt. Naja, dann ist das natürlich, dann wird es ja wie eine Art Sport für mich. Und selbst, wenn es Zusammenhänge gibt, dass sich sogar die Gesellschaft da einschalten, sowas gibt es natürlich, egal wie das bestritten wird. Das gibt es. Nein, der Beitrag darf nicht erscheinen oder so. Ja, aber man kennt sich doch untereinander und alle wissen nachher davon. Das ist doch klar. Und wenn der sich irgendwo meldet und sagt, können Sie mal was machen für mich? Ah, das ist ganz schwierig, gar kein interessantes Thema für uns. Oder wenn da jemand gesucht wird, ein Experte zu einem Thema, nimmt man dann so jemanden? Oder zum Beispiel, wenn jemand interviewt wird und sich hinterher meldet und sagt, das ist ja gar nicht, ich habe ja den Text bekommen, was schon eine Nettigkeit ist und überhaupt niemand hat das Recht dazu, den Text vorher zu bekommen und abzunehmen oder so. Auch das ist ganz wichtig zu wissen. Du hast nicht das Recht, das zu kontrollieren. Du darfst das, was aufgenommen wurde mit der Kamera, nicht hinterher streichen lassen. Das da lassen Sie weg, da habe ich mich total verquatscht oder irgendwas in der Art. Du hast damit dein Einverständnis gegeben, das zu senden, indem du dich filmen lassen hast beispielsweise. Indem du das Mikro anstecken lassen hast, hast du dein Einverständnis gegeben, dass dieser Ton aufgenommen und auch verwertet wird. Das heißt, du hast, ich sage es jetzt mal so platt, nahezu alle Rechte abgegeben. Das hast du dir vorher überlegt und vorher getan. Und du kannst jetzt um Gefallen bitten und auf menschlicher Ebene versuchen, etwas zu regeln. Aber du kannst gar nichts fordern. Sei denn, es wird natürlich verfälscht. Es kommt jetzt auf strafrechtliche Zusammenhänge an oder sowas. Das ist klar. Aber du kannst nie sagen, bevor sie das veröffentlichen dürfen, müssen sie mir das fertig geschnittene Interview schicken. Nein. Bevor sie es drucken dürfen, müssen sie mir den Text zum Redigieren schicken. Nein. Sie müssen das Zitat von mir ändern. Das habe ich so gar nicht wörtlich gesagt. Vielleicht nicht wörtlich, kann aber sein, wenn das sinngemäß ist, dann ist es so auch völlig in Ordnung. Ich kenne es zum Beispiel von der Bild-Zeitung, wenn die, wenn da Artikel über mir stehen und ich zitiert werde. Ich habe noch nie irgendwas davon wörtlich gesagt. Noch nie. Der erste Artikel kam 1989 in der Bild-Zeitung. Seitdem habe ich noch nie was wörtlich gesagt, was da drin stand. Von so kleinen Artikeln bis so Riesendingern gab es alles Mögliche. Wenn da Zitat, Sascha Oliver Martin, Doppelpunkt, das hat sich ein Redakteur so überlegt, damit es stimmt, damit es für die Geschichte passt. Das ist auch nicht gelogen. Das ist auch überhaupt nicht gefälscht, sondern die tun mir einen Gefallen damit. Die wissen nämlich Bescheid. Die wissen, was für sie am besten passt, für ihre Leser am besten passt und sagen, ja, wir formulieren das mal so. Wenn ich jetzt mich anders ausdrücke, ja, dann ist das mein Ding. Und dann wäre es nur Eitelkeit zu sagen. Aber den Begriff, den Begriff, den würde ich ja gar nicht nehmen dafür. Den würde ich doch gar nicht gebrauchen. Sondern der ist falsch. Das müssen Sie alles ändern. Das geht gar nicht. Das ist meine Sache. Und wenn die Sache in sich stimmt, dann ist das völlig in Ordnung. Und das ist ganz wichtig. Es sind Menschen, die dahinter stecken. Es sind Menschen, die im Allgemeinen auch hilfsbereit sind. Sprich mit den Menschen anständig. Frag sie nach etwas. Bitte sie um etwas. Aber denk nie, du bist der Auftraggeber, der jetzt Journalisten sagen kann, wo es lang geht. Auf einer freundschaftlichen, netten Basis. Da funktioniert allerdings sehr, sehr viel. Viel Freude und Erfolg wünsche ich dir damit. Und besorg dir doch mein E-Book 10 Tipps und Tricks vom TV-Moderator, wie sie ihr Publikum überzeugen. Da steht das auch nochmal erläutert. Und noch neun weitere Tipps gibt es auch als Audiobook. Schreib mich einfach kurz an oder es gibt einen Link hier in der und zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.